Wer gerne mag, darf hier einfach sein, wer uns sein Freund sein mag, der trete gern ein. Danke schön. Was Sie davon halten, also ob Sie das umsetzen wollen oder nicht oder ob Sie davon eine eigene abweichende Idee haben oder wie auch immer. Wir machen das nacheinander zunächst, weil wir immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Politiker so untereinander erstmal ins Reden kommen, dann vergehen zwei Stunden und am Ende ist gar nichts ausgesagt. Und deshalb wollen wir alle nacheinander konfrontieren. Und damit die auch ja korrekt was antworten, die sollen nicht eine Antwort sagen, die uns gefällt, aber sie sollen eine Antwort sagen. Wir haben ja hier eine Jury, jemanden von Friday for Future. Und die Person hat auch ein Mikro und wird jeweils nach zwei Minuten zu jedem Punkt, darf immer geantwortet werden, bewerten, ob eine Antwort gegeben wurde oder ob es nur Blabla war. Sollte die Jury feststellen, dass keine vernünftige Antwort gegeben wird, wie jetzt geht es nicht um die Qualität der Antwort, sondern ob es eine klare Antwort ist, bekommt die Person nochmal 30 Sekunden Zeit, vielleicht doch nochmal eine Antwort zu geben. Und das Ganze wird in einer Übersicht vermerkt, ob zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Und wir haben auch ein Zeichen dafür, wenn die ganze Zeit nichts gesagt wurde. So, das war schon mal mein wichtigster Part. Es haben drei Fraktionen zugesagt. Ich will deutlich sagen, dass wir alle eingeladen haben, das ist ja mitunter auch ein bisschen umstritten. Ich finde es immer wichtig, alle einzuladen. Und insbesondere bei der Partei, die umstritten ist, finde ich das besonders wichtig. Ich habe das bisher immer gemacht. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass in allen Fällen eine Partei, die mit der Behauptung, dass sie ausgegrenzt wird und ansonsten mit rechtspopulistischen Sprüchen aufwartet, dann, wenn man sie einlädt, nie kommt. Weil offensichtlich sie Angst haben, dass sie immer dann, wenn sie öffentlich ihre Positionen sagen müssen, sie Wählerstimmen verlieren und das zu Recht. Ich werde Ihnen also den Gefallen nicht tun, sie nicht einzuladen. Aber ich werde auch jedes Mal darauf hinweisen, dass ihr bitte, wenn sie sagen, wir werden immer ausgegrenzt, ihr sagt, selbst das ist noch eine Lüge. Ihr wollt gar nicht euch öffentlich sehen, weil ihr lebt davon, dass die Menschen nicht wissen, was ihr wirklich alles vorhabt. CDU, FDP, FWG und ein paar andere sind nun auch nicht da. Heute gekommen sind die SPD, die Linken und die Grünen. Und wir haben eben gelost, wer anfängt. Und beim Losen gewonnen oder verloren, das kann man ja unterschiedlich darstellen, weil manche immer haben die hier Vorteile, die als letztes drankommen, haben die Grünen, Alex Wright. Ich sage dir jetzt einfach mal, die erste Forderung lese ich vor. Die kommt aus dem Arbeitsbereich Energie von 2035.0 und lautet wie folgt. Bereits im Jahr 2008 hat die Busseker Gemeindevertretung bei nur einer Stimme Enthaltung folgenden Beschluss gefasst. An Bürgerbeteiligungsprojekte werden geeignete Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden zur PV-Nutzung, also Photovoltaik-Nutzung, verpachtet. Sind Sie dafür, dass auch die Stadtführendenversammlung Gießen einen solchen Beschluss zu stadteigenen Gebäuden fasst? Ja, also ich finde nicht, dass irgendwas grundsätzlich dagegen spricht. Also ja, ich finde, dass gut so ein Beschluss gefasst werden könnte, muss ja dann quasi erstmal eingebracht werden. Und bei dem Beschluss, das Einzige, wo ich mich so ein bisschen aufgestanden habe, das hört sich so an, als müssten dann quasi alle Dächer verpachtet werden. Wenn die Stadt aber quasi selber Interesse anmeldet, das wäre noch so ein Punkt, den man vielleicht noch diskutieren müsste. Aber im Antritt brachte es der Tatsache, dass man sich mal die Dächer anschaut und sieht, wie wenig oder viel Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen, um es korrekt zu sagen, stehen. Fände ich so einen Beschluss, fände ich so einen Beschluss richtig. Was sagt die Jury? Ja, also hier würde ich eindeutig mit einem Ja ausgehen. Das war doch in politischer Sprache einigermaßen direkt beantwortet. Ich hatte ja auch zwei Minuten Zeit. Der Arbeitsbereich Landwirtschaft hat folgenden Vorschlag gemacht. Regionale landwirtschaftliche Warenströme in Stadt und Kreis Gießen vom Feld bis zum Verbraucher. Erfassung, Verarbeitung und Verteilung. Ja, da muss ich sagen, ich habe echt lange über diesen Punkt gesessen. Wir haben hier vorher geschickt bekommen und ich habe mich gefragt, was ist die Frage daran. Letztlich ist es so, dass wir das unterstützen, zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, dass das mehr wird. Wir sehen das auch, dass der Markt hier in der Stadt weiter gestärkt werden sollte, weil dort sieht man, dass zum Beispiel regionale Warenketten auferhalten werden. Und wir begrüßen jede Initiative dazu. Und wenn die Stadt die Möglichkeit hat, zum Beispiel als Nachfrager dort etwas zu unternehmen, dann können wir das auch nur unterstützen, beziehungsweise auch ein Stück weit einfordern. In der Vergangenheit ist das ja schon ein Beispiel passiert. Das ist dann zwar nicht regional faire Schokolade, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo die Stadt quasi als Nachfrager auch ein Stück weit dieses System der regionalen Warenkette auch fördern kann. Bevor ich die Jury frage, vielleicht noch, was ich verstanden habe von diesem Satz, die ich habe ja nicht von mir, ist das auch eine Aufforderung, die Warenströme überhaupt mal komplett zu erfassen. Also nicht nur auf Märkten und sowas, das ist ja zwar schön, aber ein kleiner Teil nur, sondern insgesamt mal zu erfassen, wie die Warenströme sind und wie sich das auswirkt. Quasi wie in der Stadt konsumiert wird und wie das aussieht von den, wo das herkommt, Entfernungen und so weiter und so fort. So habe ich diesen Punkt vor allen Dingen verstanden. Okay, da kann ich jetzt nur für mich persönlich reden und ich fände das natürlich interessant. Einiges ist ja schon bekannt, aber es ist immer wieder überraschend, wenn das mal dann wirklich untersucht wird und öffentlich diskutiert wird, wo unsere Waren herkommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Also meine Nachfrage wäre auch deine gewesen, Jörg, aber würde ich auch gelten lassen als eine einigermaßen korrekt beantwortete Frage. Also du kommst einen Pfeil für die Antwort. Okay, der Arbeitsbereich Verkehr hat folgende Forderung aufgestellt. Reduzierung aller Straßen im Stadtgebiet auf maximal eine Autospur pro Richtung, also jetzt zum Beispiel Grünberger Straße, Anlagenring und so weiter und so fort, möglichst oft auf eine Spur insgesamt, nur Einbahnstraße, und Umwandlung der frei werdenden Spuren in Fahrradstraßen, Fußgängerinnenzonen oder ÖPNV-Streifen. Ich teile die Frage mal in drei Punkte auf, weil es dann besser ist für mich zu strukturieren. Also erstmal Zweispurigkeit runter zur Einspurigkeit, eindeutiges Ja. Da gibt es dann vielleicht zwei Sträßchen, das ist die von Neuchelheim nach Gießen, da dieser Autobahnanschluss, da wird es schwierig. Aber sonst Anlagenring, Grünberger Straße, Frankfurter Straße, da ist es ja jetzt so quasi gemacht worden, aber eindeutiges Ja, keine Zweispurigkeit mehr in der Stadt. Dann, das nächste war mit den Einbahnstraßen. Da habe ich ja das möglichst oft gelesen, das ist ja dann weich irgendwie gehalten. Ich fände es auch besser, wenn es mehrere Einbahnstraßen gibt, besonders wenn es eng wird. Man muss aber aufpassen, dass Einbahnstraßen auch für Fahrradfahrer teilweise blöd werden können, weil die Autofahrer, die einem entgegenkommen, das nicht unbedingt immer kapieren, dass man als Fahrradfahrer gegen die Einbahnstraße fahren darf. Boah, ihr seid super fest organisiert. Ah, super. Wir brauchen keine Hierarchien in dieser Welt, das klappt auch so. Also darum, ja, an manchen Stellen kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Beispiel ist hier hinten die Bleistraße und so. Darum, es heißt ja möglichst oft, darum, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es mehr gibt davon, besonders wo wenig Platz ist. Und natürlich, der Platz, der dann frei wird, der muss für Fahrradfahrer, ich finde aber auch für Fußgänger geschaffen werden. Die haben jetzt da gefehlt. Das würde ich auch noch als ein Ja mit kleinem Abstrich gelten lassen. Einen kleinen Haken gibt es hier. Okay, die letzte Forderung kommt aus dem Bereich Stadtplanung und lautet, keine weitere Steigerung der Bevölkerungszahl, Stopp der weiteren Flächenversiegelung im Gießener Stadtgebiet. Ja, also das ist die Forderung, die ich wirklich für schwierig halte, weil wie will man das dann gewährleisten, dass die Stadt nicht weiter wächst. Also wir sind erst mal mittlerweile leider Zuzugsgebiet oder wie man sieht vom Rhein-Main-Gebiet, das ist das eine. Und das nächste, was man auch immer überlegen muss, es gibt auch humanitäre Katastrophen, die dazu führen, dass Leute in ein Land flüchten. Und die könnten dann zum Beispiel auch sich in Gießen niedersiedeln, was ja auch schon passiert ist. Das ist so ein Punkt. Dann haben wir Unis. Wenn da irgendwie ein neuer Kurs kommt, dann kommen ja auch mehr Studenten. Also ich finde es schwierig zu sagen, okay, unsere Zahl ist jetzt bei 80.000, die bleibt da. Wenn dann der 80.000 und einste, dann entscheidet, okay, ich will hier in Gießen wohnen, dann sagen wir, nee, das passt aber nicht, wir haben uns das jetzt so beschlossen, das bleibt so. Dann kommen wir dann zum zweiten Punkt mit der Flächenversiegelung. Also ich finde auch, unsere Stadt sollte nicht weiter nach außen wachsen, das ist nicht schon genug. Aber, und darum, wie kann eine Stadt wachsen, müssen gucken, wo es in der Stadt Flächen gibt, die man noch nutzen kann. Also das hat dann, mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht mehr ein dazu, Verdichtung, Innenverdichtung. Das heißt, wir gucken, wo gibt es zum Beispiel brache Flächen, die man nutzen kann für Wohnraum. Darum, ich bin da nicht, unterstütze diese Forderung nicht. Ja, schon gut selbst resümiert. Also hier ein klares Nein zu den Forderungen, die vom Arbeitskreis gestellt wurden. Übrigens bin ich immer gegen die Obergrenze. Okay, danke an die Grünen. Wir machen jetzt immer zwischen den, eine kleine Musikeinlage. Und dann geht es weiter. Wenn ich mich recht erinnere, war beim Losen auf dem mittleren Posten die SPD. Die kommt dann als nächstes. Vielen Dank. Vielen Dank.